Wir müssen ja Platz 3 auf den Trends. Ich bin der Cutter von Monte und ich bin der Cutter, um den das Internet sich gerade, muss man leider so sagen, ein bisschen das Maul zerreißt. Ob Twitter, ob TikTok, ob... Hey, was für ein Cutter? Der normale Cutter für sein spontaner Black Account und für sein Montana Black Account? Oder richtiger Kevin oder Dings, die Crew? Online-Magazine, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Oder was zum Beispiel auch der Fall war, ist ein Podcast auf Spotify, ich glaube von Lester-Schwestern, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich will direkt vorab nochmal ein paar Punkte sagen. Punkt Nummer 1, ich habe einen Fehler gemacht, der nicht hätte passieren dürfen. Mein Fehler, scheiße gelaufen. Was hat er denn gemacht? Ich stehe zu dem Fehler. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist. Ist bei mir auch komplett vorbeigegangen. Irgendwer hat mir mal gesagt, der hat sich selber promotet oder hat seinen Kanal gepusht. Ich habe aber keine Ahnung, ob das überhaupt der Auslöser war oder ob das jetzt hier... Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Punkt Nummer 2, Monte und ich haben keinen Beef, auch wenn viele sich gefühlt danach sehen oder halt... Ja, das wird halt oft behauptet. Ähm, gibt es noch einen dritten Punkt? Ich halte drei Punkte. Ja gut, dritter Punkt ist halt, ich habe immer noch einen Job. Ist eigentlich ganz nice. Fühle ich. Und auch nochmal kurz vorweg will ich sagen, ich will Monte hier mit diesem Video jetzt in keiner Art und Weise schlecht reden. Ich rede jetzt hier nicht in diesem Video, um zu sagen, ja, Monte ist ein schlechter Arbeitgeber und ich habe so gelitten und alles ist blöd. Ich habe kein Problem mit Monte. Monte ist ein cooler Typ und ich bin immer noch dankbar für den Job und dankbar, dass er einfach auch ein super entspannter Chef ist, auch wenn es dann manchmal nicht so wirkt. Aber ist er. Ihr wisst, was ich meine. Ich will, bevor ich noch weiter jetzt ins Detail erstmal gehe bezüglich dieser Thematik, erstmal nochmal erläutern, was überhaupt passiert ist. Ich glaube... Ich will einfach nur, dass einfach mal diese Ringe von meinem Arm verschwinden. Vielleicht wäre das nochmal ganz gut vorher nochmal zu umreißen, wenn man das so sagt, was eigentlich überhaupt los war. Also zusammengefasst, es gab einen Schnittfehler, den ich zu verschulden habe. Ich habe den Auftrag bekommen, von Monte ein Video zu schneiden. Dieses Video habe ich nicht so geschnitten, wie es hätte sein sollen. Das Video wurde veröffentlicht. Die Community hat sich gefragt, hm, was ist da los? Und das Video wurde wieder offline genommen. Dazu kommt, dass in diesem Video ein Product Placement war. Und dadurch, dass dieses Video offline genommen wurde, musste das Product Placement damit natürlich auch dann offline genommen werden. Was sehr, sehr blöd war. Dann haben Monte und ich darüber, darauf gehe ich noch in Ruhe ein, in diesem Video, warum überhaupt und wie auch immer. Aber darüber haben Monte und ich dann halt im Stream geredet. I know. Some Product Placement wurde offline genommen, aber doch nicht wegen dem Product Placement, oder? Weil die dann unzufrieden waren. Weil du schickst ein Video immer zu der Firma erstmal, damit die sich das erstmal angucken können, was sie da veröffentlichen. Das heißt, die müssen es ja schon gesehen haben und gesagt haben, ja, ihr könnt das online stellen. Hört sich dumm an. Und bitte verzeiht mir, wenn ich in diesem Video nicht immer in die Kamera schaue, weil ich bin da nicht so gut drin. Eigentlich bin ich kein schüchterner Typ und ich habe auch Selbstbewusstsein, so ist es nicht. Aber bei so einem Thema tue ich mich irgendwie schwer damit. I try. I'm sorry. Warum mache ich dieses Video? Für mich ist das Thema im Prinzip gegessen gewesen. Wir haben das geklärt im Stream und seitdem war uns, zwischen uns eigentlich alles wieder cool. Gut, vielleicht ein bisschen vorbelastet. Vielleicht fühle ich mich immer noch schlecht. Obviously, Monte ist vielleicht immer noch so ein bisschen wütend auf mich. Vollkommen auch sein Recht. Dennoch greife ich das Thema jetzt nochmal auf. Wo ist denn der wütend? Ich glaube, ich habe auch nie gehört, dass Monte auf Leon wütend ist. Ja, ich kenne den ja auch nicht mal. Also ich kenne auch nicht mal Monte, ja. Ich kenne nur Leon. Ich muss halt dazu einfach noch mein Statement hochladen von meiner Seite aus. Weil es einfach so viele Leute gibt, die sich darüber ihren Mund zerreißen und dabei so viel Fehlinformationen verbreiten, die einfach... Ja, die geht halt auch so ein bisschen aufs Herz, so. I don't know. Aufs Herz, Alter. Ey, ich schwöre, ich halte meine Maut gleich. Also ich kriege halt... Junge, ey, das mache ich persönlich auch immer in meinen Videos. Erstmal versuche ich noch eine Träne rauszudrücken, ja. Weil ich weiß, das Video wird viele sehen, weil... Ich bin ein Cutter von Monte und ich schreibe jetzt gleich Montana Black in den Titel und dann wird es jetzt so oder so in die Träts kommen. Junge. Das ist ein Scheiß-Video, wo du einen kleinen Cut-Fehler hattest. First World Problems, oder wie? Ich glaube, du kennst die Ärzte mit anders. Ich kenne immer mal Nachrichten zum einen, die halt nicht so netz sind, warum ich halt so eine Scheiße baue oder wie auch immer. Ist halt das Internet, Mann. Was willst du machen, so? Ich bin nur an sich einfach ein sehr emotionaler Mensch und deswegen, ähm... So ganz geht es manchmal nicht an mir vorbei. Darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Also ich werde jetzt zu folgenden Themen was sagen. Was ist passiert, das habe ich gerade schon gesagt und was zu entschieden habe, das mit Monte im Stream zu besprechen. So, ich bin damit cool gewesen und ich möchte noch mehr mal dazu sagen, warum ich der Meinung war, dass es nichts Schlechtes ist. Dann noch ein Punkt, wie geht es jetzt weiter, was ist jetzt der Stand der Dinge? Ich bin schlecht in so einem Video, ist keine Ahnung. Wer macht doch kein Video dazu. Also, nochmal im Detail, was wirklich passiert ist, war folgendes. Ich sollte ein FIFA-Pack-Opening-Video schneiden. Wer FIFA nicht kennt, es gibt halt Packs in FIFA, da kannst du Karten drausziehen. Dann ziehst du halt mal gute Karten, mal schlechte Karten und so. Und Monte lädt halt davon gerne Videos hoch, was für gute Karten da gezogen wurden oder allgemein dieser Thrill dabei, wenn man die Karten zieht. Und im Normalfall machen wir es halt derzeit so, dass Monte streamt und aus diesen Streams nehme ich mir quasi dieses Material, woraus ich dann die Videos schneide. In meinen Augen eigentlich eine super Lösung. Monte kann streamen und gleichzeitig Videos produzieren. Ich nehme im Hintergrund dann die Arbeit dafür ab. Dafür bin ich verdammt nochmal da, lul. Was jetzt konkret los war, ist, das war eine 6-Stunden-Datei von diesem Stream. Das war ein 6-Stunden-Stream und ich hatte diese Datei vor mir im Schnittprogramm, hab die Info. Daraus soll ein Pack-Best-of-Video werden und hab dann angefangen, das zu schneiden. Wie gehe ich daran, dass ich 6 Stunden runterschneide auf 10 Minuten Pack-Opening-Video? Das möchte ich nur kurz erklären, weil ich finde, das ist eigentlich ganz wichtig, um zu verstehen, wie dieser Fehler auch passiert ist. Also im Normalfall ist es so, dass in einem Livestream Monte anfängt mit Just Chatting. Einfach ein bisschen schnacken, ein bisschen reden. Dann angenommen, es geht jetzt um FIFA, dann zockt er vielleicht ein Spiel gegen ein Homie, ein FIFA-Match oder so. Und danach kommt halt ein Part, wo er halt Packs zieht, weil zum Beispiel gerade eine Lightning-Round oder so ist. Das sind so besondere Events quasi, wo in FIFA halt, I guess, besondere Packs am Start sind oder halt die Packs einfach besonders sind. Also es ist Part Just Chatting, mal ein Part Gameplay, Part Packs ziehen, dann wieder Part Gameplay, Part Just Chatting, so. Das sind quasi meistens so Parts. Es ist nicht so, dass er mal 5 Minuten nur das macht, dann wieder switcht zum anderen, dann wieder hin und her. Wäre für den Stream ein bisschen komisch. Das heißt... Krass, Alter, ich hätte, denke ich, auch ein 24-Minuten-Video drum gemacht, dass da ein Cut-Failer am Start war. Ist bei mir auch generell so, dass ich erstmal für eine Kleinigkeit, die keiner mitbekommen hat, dass ich dann erstmal ein 24-Minuten-Video dazu gemacht hätte. Nee, doch, stimmt schon, ja. Ich glaube, der hat damit sich erhofft, einfach viel Aufmerksamkeit zu bekommen, was er, wo er auch recht hat, hat er gut gemacht hier, ne? 64.000 Likes, 1.000 Dislikes. Ich gehe auf jeden Fall an der Stelle. Ich glaube, das Video ist eigentlich bloß so ein Promote-Video für seinen Kanal. Also was anderes kann ich mir echt nicht vorstellen. Wie ich es halt mache im Schnitt, ist, ich versuche relativ effizient, mir die Parts natürlich direkt rauszunehmen, wo er Packs zieht. Was halt für mich für dieses Video relevant ist. Und wo diesmal halt der Fehler drin lag, was ich daraus auch gelernt habe, was in dem Fall auch einfach dumm von mir war, ist, ich habe beim Durchscrubben, ich habe halt natürlich geguckt, wo sind relevante Stellen für dieses Video. Und habe dabei übersehen, dass am Anfang dieses Streams, direkt am Anfang, nicht in einem Segment, wo Packs gezogen wurden, wo viele Packs ineinander gezogen wurden, sondern quasi wie einzeln zwischen einem Spiel und zwischen Just Chatting. Und dazwischen wurde nochmal ein Pack gezogen oder zwei, drei Packs, was mir nicht aufgefallen ist, was dumm von mir war, was legit einfach dumm von mir war. Und mir ist das da nicht aufgefallen, ich habe das übersehen und dann nicht reingeschnitten, sondern dann alle Packs zusammengeschnitten aus diesen Abschnitten, wo halt Packs gezogen wurden. Sorry, wenn das so viel Hin- und Hergerede ist, ich bin nicht gut darin, I know, aber ich versuche es jetzt einfach. Turns out, genau dieses Pack, was ich da übersehen habe, war halt einfach casual das Wichtigste fürs ganze Video. Feels bad, man. War auf jeden Fall nicht so geil von mir gemacht. Wie geht's weiter? Ich habe das Video rausgerendert, das Video wurde auf den Kanal gepackt, das Thumbnail und der Titel wurde eingestellt. Ich habe den Titel gesehen und das Thumbnail und da stand drauf, Prime-Ikone gezogen. So, an dem Punkt hätte es bei mir Klick machen müssen. Hm, the fuck, im Titel steht Prime-Ikone gezogen. Ich habe doch gar keine Prime-Ikone ins Video geschnitten, da hätte es eigentlich Klick machen müssen. Dummer Zufall, ich habe keine Ahnung von FIFA. Klar, ich beschäftige mich mit dem Spiel schon, weil ich die Videos halt öfters schneide und dann schon wissen sollte, was so grob abgeht. Also, ich weiß jetzt aber nicht genau, was direkt eine Prime-Ikone ist, wenn man das mir sagen würde. Und deswegen habe ich es an dem Moment nicht gerafft, dass da eine Karte fehlt. Und verdammt nochmal die wichtigste Karte im Video. Und, ähm, habe es dann auch an dem Punkt nicht bemerkt. Das Video ging dann ein paar Tage... Oh, shit! Prime-Ikone gezogen, ja? Wo jeder gehypt ist und jeder Montes Reaktion sehen will. Prime-Ikone aber nicht drin, ja? Prime-Ikone, keinen Bock drauf gehabt. Wie geil, selbst wenn der nur eine Ikone zieht. Und es ist keine Prime-Ikone. Aber es ist trotzdem lost. Und die Leute haben sich halt gewundert, der Titel Prime-Ikone, Thumbnail-Prime-Ikone, im Video keine Prime-Ikone. Lul. Vollkommen verständlich, dass da ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Flame von der Community kam, die sich halt verarscht gefühlt haben. Und da möchte ich mich an der Stelle einfach nochmal entschuldigen, weil es war mein Fehler. Ähm, jetzt geht's weiter mit der ganzen Thematik. In diesem Video war ein Product-Placement. Vor dem Video, bevor es losging, startet dieses Video mit einer Werbung. Ein Product-Placement, was da reingeschnitten war, von Gamers Only. Dieses Product-Placement war im Video. Warum ich das jetzt sage, gehe ich gleich drauf ein. Aber es war drin. Und dadurch, dass dieses Video danach aber keinen Sinn mehr ergeben hat, weil der Titel war einfach irreführend, weil dieses Video halt nicht mehr so war, wie es sein sollte, musste dieses ganze Video offline genommen werden. Gut gemacht, Leon. Dadurch war dann halt auch das Product-Placement offline. Dadurch ist es komplett verständlich, dass Monte fucking wütend war. Wer zu dem Teufel wäre nicht wütend, wenn du einen Deal hast mit jemandem und dieser Deal wird einfach nicht eingehalten, weil, äh, ja, ein Mitarbeiter von dir das verhaut. Oder? Also ich verstehe Monte da. Wäre ich an seiner Stelle gewesen, dann wäre ich genauso wütend gewesen. Was jetzt allerdings die Medien daraus gemacht haben, und ich wiederhole nochmal, in diesem Video hat ein einziges Pack gefehlt. Also eine Karte. Eine Karte war nicht reingeschnitten und das Dumme war, diese Karte war das Wichtigste im Video. Was haben die Medien daraus gemacht? Was hat TikTok daraus gemacht? Was hat Twitter daraus gemacht? Was wurde in dem Spotify-Podcast darüber gesagt? Der Cutter hat vergessen, das Product-Placement reinzuschneiden. Der Cutter hat einfach vorsätzlich die Sachen nicht reingeschnitten oder so, was ich alles gesehen habe. WTF? Also sorry, dass ich da jetzt so ein bisschen, ja, fast schon wütend bei werde, aber es ist halt einfach, da sieht man mal, was Medien daraus machen teilweise. Wie, wie Dinge einfach verdreht werden im Endeffekt. Also das, was er gemacht hat als Fehler, ist unverzeihlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich überlege vielleicht schon, ihn zu bannen. Auf meiner Plattform. Ich überlege vielleicht auch selber einen Podcast aufzumachen, um da nochmal das ein oder andere Gespräch drüber zu führen. Weil ich finde, man sollte da doch nochmal das ein oder andere Wörtchen drüber sprechen, ja. Es ist nicht einfach getan mit, ja, tut mir leid. Ich finde, seine Strafe sollte sein, nie wieder Cutter sein. Keinen YouTube-Kanal eröffnen dürfen und sich von Social Media fernhalten. Das sind die drei Dinge, die ich da definitiv ihm empfehlen würde, ja. Internet. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich das irgendwie so zu spüren bekomme, dass einfach komplett komisch berichtet wird über eine Sache, die halt eigentlich ganz anders passiert ist. Und wenn ich dann selber betroffen bin, das merke ich jetzt zum ersten Mal, wie abgefuckt das eigentlich ist. Wie komisch das ist, wenn Leute einfach über dich irgendwas behaupten und das schlecht reden, was du, also, und dich schlecht reden, obwohl Dinge ganz anders passiert sind. Dass ich einen Fehler gemacht habe, das steht außer Frage. Dass ich mich dafür scheiße fühle, das steht außer Frage. Dass ich ein Product Placement nicht in dieses Video geschnitten habe und auch noch... Achtung, er sagt jetzt gleich, ich predikte, das steht außer Frage. Du kannst viele andere Karten nicht mit reingeschnitten haben. Fünf Euro. ...habe, die ja ganz wichtig waren fürs Video. Das stimmt halt einfach nicht. Ach, scheiße! Da hat eine Karte gefehlt. Und die Karte hat dafür gesorgt, dass dieses ganze Video offline genommen werden musste. Puh. Und es tut mir leid. I'm sorry. Was ist dann passiert? Sorry. Das Video war offline. Monte war wütend. Die Community hat sich verarscht gefühlt. Und ich hab mir nur für mich selbst gedacht, bist du völlig stupid. Ich daraufhin, als ich von dem Ganzen mitbekommen habe, was da halt passiert ist, dann letztendlich habe ich Monte angerufen. Weil ich halt mit ihm darüber reden wollte und das klären wollte. Er war in dem Moment aber so angefressen von der Situation, was ich verstehe, dass er einfach nicht in dem Moment darüber reden wollte, nicht darüber reden konnte. Und das ist... Ich verstehe das. Ich habe so eine Momente auch, wenn man einfach emotional ist und einfach so abgefuckt ist von der Situation, dann will man einfach manchmal nicht reden, sondern einfach mal jetzt seine Ruhe haben. Und genau so ging es ihm wahrscheinlich in dem Moment. Und das verstehe ich. Und da musste ich halt chillen. Dann hat Monte am selben Abend, ich glaube es war am selben Abend oder am Tag danach, ich glaube es war am selben Abend, den Stream angemacht. Jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte, wie wir das dann live im Stream besprochen haben. Ich sitze am PC, sehe, dass Monte streamt und der Chat fragt Monte, was da eigentlich los war heute mit dem Video. Monte natürlich, weil er ein korrekter Typ ist, ein korrekter Chef und in dem Sinne auch einfach ein Ehrenmann, sagt, er möchte dazu sich nicht äußern, weil es ist privat, es ist was zwischen ihm und mir. Und da bin ich ihm auch dankbar für, dass er da halt auch einfach irgendwie Rücksicht auf mich... Ich bin ehrlich, ich hätte ihn in dem Stream zerrissen. Da einfach erstmal sagt, nein Chat, tut mir leid, das ist privat, darüber rede ich nicht. Jetzt kommt ein Punkt, den viele von euch wahrscheinlich nicht verstehen werden, manche von euch vielleicht schon. Ich bin in den Stream reingekommen und hatte immer noch das Bedürfnis, das so schnell wie möglich irgendwie zu klären und aus der Welt zu schaffen und irgendwie mit ihm darüber zu reden. Wie bekommst du die Aufmerksamkeit von einem Streamer? Eine Donation. Ist ja letztendlich irgendwie so. Ich habe dann in dem Moment im Stream Monte eine 500 Euro Donation gemacht. So. 500 Euro. Holy shit. Ist eine Menge Kohle. Ist eine Menge, Menge Kohle. Warum ich mich dazu entschieden habe, das zu tun, hat zwei Gründe. Punkt Nummer eins. Ich habe Scheiße gebaut und mich in dem Moment nicht so gefühlt, als hätte ich... 500 Euro, ja. Wir reden hier nur von 500 Euro. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. Das ist Montes Carter. Der wird mindestens 600 Euro bekommen im Monat. Hat immer noch Plus gemacht. Sah feiner aus. 500 Euro ist Klopapier. Eben. Also dafür stehe ich nicht mal morgens auf. Was ist das? Ich schmiere mich aufs Brötchen jeden Morgen die 500 Euro. Keine Ahnung. Diese Kohle halt verdient. Ich habe halt diese Arbeit nicht richtig gemacht. Dadurch ist ein Deal geplatzt mit einem Partner, der irgendwie da war. Ich habe mich nicht danach gefühlt, als hätte ich diese 500 Euro irgendwie verdient. Das ist im Endeffekt Montes Geld. Das kriege ich auf mein Konto für die Arbeit, die ich mache. Und deswegen war da meine Überwindung nicht groß, dass ich gesagt habe, okay, ich habe die Arbeit scheiße gemacht. Hier ist dein Geld wieder. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist klar, dass er auf mich eingeht. Und quasi als Ersatz für das Telefonat, wo er halt einfach zu wütend war, um ranzugehen. Ich weiß, es klingt alles super weird. Und ob das jetzt so nötig war oder die richtige Entscheidung, kann man drüber debattieren. Ich habe es in dem Moment aber einfach so gemacht. Ich habe in dem Moment gefühlt, dass es die richtige Entscheidung war. Und ich finde auch immer noch, dass es die richtige Entscheidung war. Und das ist mir auch eigentlich vollkommen egal, was andere Leute darüber denken. Weil es war meine Entscheidung. Und dann geht jetzt halt an dem Punkt die Story weiter. Ich weiß nicht. Ich denke, Monte, also dieser Deal. Ich kenne mich ja aus mit Social Media. Und wie viel man ungefähr für ein Placement bekommt. Und ich würde sagen, bei Monte, so viel Unterschied macht das gar nicht. Ich denke, er hat ja jetzt 500 Euro gespendet. Ich denke, der Deal wird sich auch noch im dreistellischen Bereich handeln. Und das ist halt jetzt so. Lass mal den Deal 700 Euro sein für das Video. Ne? Jetzt mal grob geschätzt. Er hat Monte 200 Miese gemacht. Jetzt sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Die 200, die gebe ich dem mit. Schmierst du den aufs Pausenbrot, die 200. Wer so denkt. Chat schreibt. Yo. Kam da gerade eine 500 Euro Donation rein? Holy moly, Monte. Donation von Leon der Katta. Ah. Alles klar. Und meine Nachricht in dieser Donation war einfach nur Reue. Einfach nur Reue. Ich glaube, Monte musste auch ein bisschen schmunzeln. Und da meinte Monte halt, er meinte halt, yo Leon, 500 Euro Dono hin oder her. Ich bin immer noch wütend. Das war halt ein Fehler, der nicht hätte passieren dürfen. Ist nicht geil gelaufen. Ich nur vorm PC ges- 500 Euro Dono hin oder her. 500 Euro, oder? Dein Futter. Du bist nicht dran klar. Bitt mir schon fast eine Stimme. Oh, Junge, Alter. 500 Euro Dono. Danach kommt die Nachricht. Bin immer noch wütend auf dich. Vorm Stream mir gedacht, geil, 500 Euro für nichts. Dann hat aber der Chat halt immer weiter nachgefragt, was jetzt eigentlich, was los war. Warum war da so? Manchmal sind Dinge im Leben, das hat der Antwort vergeben. Aber die Sicht ist ein Leben. Und dann kommt Alpha Kevin und wird den Stream jetzt erheben. Yeah. Manchmal sind Dinge so schön. Alpha Kevin soll zu gehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag. Okay. Der Boss ist back. Ja. Wie, äh, der rechte Verteidiger von Hoffenheim damals. Ja. Mittlerweile, glaube ich, bei Fenerbahce oder irgendwo. So ein komisches Hin und Her mit diesem Video, was ist passiert. Und der Chat hat halt Druck gemacht. Und Monte meinte die ganze Zeit, nein. Ich werde dazu nur etwas sagen, wenn Leon mir das Okay dafür gibt. Wenn er sagt, okay, du kannst darüber reden. Dann ich, mein Handy in die Hand genommen. Monte, geschrieben bei WhatsApp. Yo, es ist cool für mich, wenn du mit dem Chat darüber redest. Ich fände es aber nice, wenn wir zusammen darüber reden können. Naja, dass ich einfach mit dir darüber reden kann. Und das nicht über mich geredet wird. Das fand ich in dem Moment einfach fair. Und warum ich überhaupt cool damit war, wie gesagt, dass es dann im Stream alles so war, ist im Endeffekt einfach nur meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Soll jeder wissen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Soll jeder wissen, dass, dass da Scheiße passiert ist. Ist mir egal. Ich muss mich da nicht verstecken, sondern ich stehe. Ja, das stimmt eigentlich, ne. Im Prinzip hätte ich ja auch einfach gar nichts sagen brauchen. So einfach. Und ich will daraus ja auch lernen und dann irgendwie besser werden. Abgesehen davon streame ich auch selber. Kurzer Plack an der Stelle. Lel, Leon der Cutter auf Twitch. Kurz noch den Monte-Effekt mitnehmen. Ehre. Ne, aber ich streame halt auch selber. Und ich weiß, wie das... Also bei mir im Stream, im Chat, ist das eine familiäre Stimmung. Ich bespreche alles mit dem Chat. Ich berede alles mit dem Chat. So, genauso wie Monte alles mit dem Chat beredet. Ich finde das einfach nice. Twitch ist eine kleine Familie. Der Chat ist irgendwie eine kleine Familie. Was in unserem Leben irgendwie abgeht, ist für mich vollkommen cool, wenn... Den Punkt fühle ich nicht mehr, seitdem wir vorhin das Ding wieder mit Eierkuchen, Palatschinken und so eine Scheiße hatten. Seitdem nicht mehr. Es hat nichts mit Familie zu tun. Es ist eigentlich nur noch eine Feindschaft hier. Davon Bescheid weiß. Vielleicht nicht über alles. Vielleicht nicht über jede Kleinigkeit in meinem Leben. Aber so eine Dinge sind mir dann prinzipiell eigentlich... Egal, ob der Chat da jetzt mithört, weil der Chat irgendwo auch und auch der Chat von Monte irgendwo irgendwie Familie ist, in dem Sinne. Weil, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber so fühle ich mich da halt nun mal. Weiß nicht, das sind halt die zu... So lächerlich ist das auf YouTube, da ist das eigentlich alles entspannt. Zuschauer und die Leute, für die wir seit Ewigkeiten, jetzt seit Jahren zusammen Content machen. Und irgendwie habe ich mich nicht gefühlt, als würde ich da vor tausenden fremden Leuten was erzählen. Auch wenn es tausende fremde Leute waren eigentlich. Aber ich habe mich so nicht gefühlt. Das waren 55.000 Leute in dem Moment live, die dazugehört haben, wie Monte und ich dann geschnackt haben im Discord. Und für mich war das... Wie viel? ...tausend Leute. Auch wenn es tausende fremde Leute waren eigentlich. Aber ich habe mich so nicht gefühlt. Das waren 55.000 Leute in dem Moment live, die dazugehört haben, wie Monte und ich dann geschnackt haben im Discord. Und für mich war das fein. Ich wollte ohne Scham dazu stehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und auch mit dem Chat und mit Monte darüber reden. Das ist meine Meinung dazu. Gut, also ich habe Monte das okay gegeben. Monte meinte, okay, kommt Discord. Wir haben uns im Discord getroffen und dann darüber geredet. Was ist dann passiert? Zuerst war Monte natürlich sehr harsch. Meinte, ey yo Leon, ich mache dir jetzt erstmal so in dem Sinne eine Ansage. Das war ein verdammter Fehler. Der kann so nicht nochmal passieren. Der darf so nicht passieren. Nicht nach drei Jahren Zusammenarbeit. Sowas kann einfach nicht... Sowas kann nicht sein. In dem Moment, ich habe damit gerechnet. Das ist doch irgendwie klar, dass Monte fucking wütend ist. Ja man, gar kein Hallo. Fühl ich, fühl ich. Er hat geschrieben, sie hat, schaut mich an, ich habe einen Fehler gemacht. Mir kommt es gerade Realtalk so vor wie, alter, das hätte jetzt echt verschwiegen sein können. Also es hätte mich da auch gar nicht interessiert. Das ist ja alles fein gewesen. Aber guckt mich an, ich habe einen Fehler gemacht. Guck mal, ich stehe zu meinem Fehler. Leute, habt ihr noch gesehen, ich habe einen Fehler gemacht? Ich habe sogar ein 24 Minuten Video gemacht, wo ich nochmal über den Fehler rede. Ich habe einen Stream mit Monte gemacht. Ich habe den sogar 500 Euro donated, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Guckt mich doch endlich an, dass ich einen Fehler gemacht habe. Irgendwie mithört oder keine Ahnung. I don't care. Monte hat mir erstmal ein paar Dinger gedrückt. Ich da erstmal nur gesessen, zugehört. Habe aber auch eine große Fresse. Kann positiver oder ein negativer Aspekt an mir sein, aber ich habe eine große Fresse. Und ich wollte immer mal auch was dazu sagen, mich irgendwie einbringen. Habe immer mal irgendwie versucht, ihn da zu unterbrechen in seinem Rausch. Irgendwie, ja, war es ja irgendwie so. Und habe versucht, da auch mal noch was zu zu sagen, meine Meinung oder so, meine Feelings, die ich da zu dem Thema irgendwie äußern will. Monte hat aber so ein bisschen mehr auf Chef gemacht. So meinte, yo, ich muss halt auch mal den Chef raushängen lassen. Und das, nee, jetzt redet der Chef. Du kannst jetzt nicht dazwischen labern, so. Jetzt mache ich dir mal eine Ansage, wie das zu funktionieren hat und wie nicht. Und das haben super viele Leute richtig, richtig, richtig ernst aufgefasst. Was das irgendwo auch war, aber nicht so auf dem Level, wie super viele Leute das aufgefasst haben. Ich kenne Monte jetzt seit Ewigkeiten und der Umgang zwischen Monte und mir ist immer seit Anfang an so hart, so rau. No sexual an der Stelle. Das ist halt Monte so. Das ist halt einfach rau sein, ein bisschen mal so, jetzt hörst du mir mal zu, jetzt bist du mal ruhig, aber mit irgendwie einem, auf liebevoll gemeint. Ein bisschen so, keine Ahnung, das ist genauso, wie wenn man sich als Sohn beleidigt. Aber das ist eigentlich mit einem zwinkern in den Augen gemeint. So, dass man, weißt du, einfach mal so einen dicken markieren und dann wieder, eigentlich ist alles cool. Nichtsdestotrotz war die Ansage wirklich irgendwo schon ernst gemeint. Im Endeffekt ist er mein Chef, ich bin der Angestellte, ich hab Scheiße gebaut. Hätte nicht passieren dürfen. Gut, dann hat Monte sich ein bisschen beruhigt und ich hab dann auch was dazu sagen können. Ähm, und ich hab, wie ich's auch jetzt tue, mich erstmal so ein bisschen dann dafür entschuldigt, auch beim Chat, was das, dass das halt passiert ist und wie, wie das alles ablief. Und das war halt mein Fehler und ich sieh's ein. Dann hab ich aber auch noch dazu gesagt, was vielleicht auch nicht so schlau von mir in dem Moment war, aber wie gesagt, große Klappe, ich kann einfach meinen Mund manchmal nicht halten. Ich hab dann zu Monte gesagt, yo, dieses Video war drei Tage vor dem Release schon fertig geschnitten. Wär ich an seiner Stelle gewesen, als großer Influencer mit einem Product Placement vor allem, ich hätte mir dieses Video vorher nochmal angeschaut. Einfach als Abnahme, um drüber zu schauen, ob was, ob alles so ist, wie ich's mir vorstelle, weil es halt ein Placement ist. Und bevor wir weiter darauf eingehen, ich möchte direkt Montes Sichtweise darauf reflektieren und irgendwie euch nochmal erklären, dass sein Denkverhalten in dem Moment auch vollkommen verständlich ist. Denn wir arbeiten jetzt seit dreieinhalb Jahren zusammen. Monte kann mir vertrauen bei den Videos, die online gehen, ohne sie in den meisten Fällen vorher nochmal zu kontrollieren. Versucht er gerade die Schuld von sich abzuweisen. Nein, Mann, ey, ohne Scheiß würde ich es nicht sagen. Ich denke schon, der steht weiter zu seinem Fehler. Aber ich persönlich würde auch als großer YouTuber, wenn es um ein Placement geht, wenigstens das Placement mal angucken. Das würde ich schon sagen, ja. Ich kann das schon verstehen, dass er es gerade gesagt hat. Das kann ich schon verstehen. Klar, klingt das jetzt so wie hier, du hättest es ja angucken müssen und hättest ja den Fehler bemerken müssen. Aber keine Ahnung, wenn die jetzt eh schon Jahre zusammenarbeiten, warum sollte Monte ihm dann nicht vertrauen? Ich könnte sonst für einen Scheiß da reinschneiden teilweise. Wenn ich mal einen schlechten Tag hätte, könnte ich auch fünf Schwanzbilder direkt in die erste Minute schneiden und dafür sorgen, dass sein Kanal gestrikt wird, Louis. Das mache ich aber nicht, weil Monte mir vertrauen kann. Und das seit dreieinhalb Jahren. Und deswegen hatte Monte das nicht im Hintergedanken, dass er dieses Video nochmal drüber kontrollieren muss, weil er das einfach selten macht, weil das einfach sich so bei uns eingegliedert hat, dass es auch so funktioniert. Und deswegen verstehe ich ihn da. Viele verstehen ihn da nicht, viele verstehen meine Sicht auch nicht, aber scheiß drauf, ich verstehe ihn da. Ich habe dieses Video nochmal Probe geschaut vorher und kontrolliert, ob irgendein Fehler da drin war oder nicht. Und ich habe nichts gefunden, weil ich halt nicht realisiert habe, dass da eine Karte fehlt und auch nicht realisiert habe, dass die Prime-Ikone diese Karte ist, die da fehlt. Weil ich FIFA nicht kenne, weil ich... Ja, aber du siehst doch im Thumbnail... Ach ja, gut, ich weiß nicht, ob im Thumbnail das Ding mit drin ist. Aber du siehst doch dann im Titel bestimmt nicht nur Prime-Ikons, sondern auch noch den Wert drin. Einfach einen Fehler gemacht hab, Bro. Einfach einen Fehler gemacht. Und Monte wäre es wahrscheinlich halt direkt aufgefallen. Wenn jemand dieses Material kennt und was da passiert ist und was im Video hätte sein sollen, dann ja er. Ich kann es trotzdem nicht von ihm verlangen. Und das kam in dem Moment wahrscheinlich so rüber. Ich kann ja nicht als Angestellter einen Fehler machen, ein Video-Kacke schneiden und dann im Endeffekt sagen, yo, aber hättest du ja mal verbessern können. Oder hättest du ja mal checken können dann. So, es kommt ja komplett stupid. Das ist mir auch bewusst. So war das aber gar nicht gemeint. Und ich weiß nicht, ob ihr da jetzt versteht, wie ich das jetzt rüberbringe, wie ich das jetzt meine, aber anders kann ich es gar nicht irgendwie rüberbringen. Keine Ahnung. Wenn ihr jetzt irgendwie denkt, dass ich halt stupid bin, dann ist es so. Dann kann ich es nicht ändern. Nachdem ich dann meine Meinung zu dieser Sache gesagt hatte und Monte seine Meinung zu der Sache gesagt hatte, habe ich noch so ein paar Jokes gebracht. Oder Monte hat ein paar Jokes gebracht. Wir haben mit ausgestrecktem Ellenbogen, aber mit einem zwinkernden Auge, so ein paar Sprüche gegenseitig uns gedrückt. Wie das halt immer eigentlich so ist bei Monte und mir. Es ist immer der Ellenbogen in die Rippen, aber dann mit einem zwinkernden Auge, dass es nicht so gemeint war. Ja, deswegen, ich habe ein paar unnötige Sachen rausgehauen, von wegen, auch bezüglich, irgendwie habe Agatha irgendwie da erwähnt, was ich glaube ich auch nicht hätte tun sollen, weil Monte liebt Agatha über alles. Und Agatha, ich habe die persönlich kennengelernt, ist eine super coole Frau. Obviously würde ich niemals irgendwie was Schlechtes über Agatha sagen. Lul, die ist super niedlich. Was ist denn jetzt hier? Und Mashallah, sie zaubert wirklich ein gutes Essen hin. Kann ich nicht anders sagen. Hat gut geschmeckt. Ja, nur hätte ich halt trotzdem da ein bisschen vorsichtig sein können. Und da haben das viele Leute direkt ganz komisch aufgefasst, so von wegen, yo, Digga, du hast gerade irgendwie Gefühl, du hast halt ein Mitarbeitergespräch, gerade auch wenn es live ist und wie auch immer über Discord, alles ein bisschen weird, I know, aber das ist im Endeffekt irgendwo ein Mitarbeitergespräch. Du musst dich gerade irgendwie dafür verantworten, dass du Scheiße gebaut hast und jetzt drückst du irgendwelche Jokes über Agatha und irgendwie über Monte und wie auch immer. Aber das ist halt einfach unser Umgang. Sorry, dass, das muss ich dann einfach so sagen, sorry, dass ihr dann alle so einen Stock im Arsch habt. Aber das ist nicht der Umgang, den ich mit Menschen habe, die ich gern mag. Und das ist auch nicht Montes Umgang mit Leuten, die er gern mag. So, scheiß mal auf diese Stock im Arsch Einstellung. Lieber mal ein bisschen über die Stränge schlagen, als immer vorsichtig zu sein. Und, ähm, wer mich kennt und Monte kennt mich, der weiß, dass ich Dinge, die auch manchmal ein bisschen blöd gesagt sind oder blöd formuliert sind, nicht so meine. Ey, ich bin ganz ehrlich, äh, ich zieh mir das Video jetzt nicht weiter rein. Ey, das ist safe ein Trollvideo, Alter, ohne Scheiß. 24 Minuten redet er darum, dass er einen Fehler gemacht hat und brüstet sich gerade damit, dass er einen Fehler gemacht hat. Bro, böser Selbstpush an der Stelle. Also, ich meine, von mir aus, kann er ja dazu ein Video machen, aber das so dermaßen noch breitzutreten, um möglichst wirklich auch den letzten Vollidioten davon umzustimmen, dass er einen Fehler gemacht hat, den Ehrenmann ist. Autsch, ja. Bis zum nächsten Mal.